Hallo, herzlich willkommen bei BigGreenEgg-shop24.de Heute starten wir zum ersten Mal ein Mini-Egg, um es auszuprobieren. Wie immer, Feuerstarter in die Mitte rein und dann schauen wir, wie es funktioniert. Wie ihr sehen könnt, ist die Idee dieses Grills ein Standby-Grill, das heißt, wir sitzen hier und hier und hier und nun wollen wir testen, ob die Hitze unter dem Mini-Egg so groß ist, dass man es auf den Tisch stellen kann oder nicht und das probieren wir jetzt hier aus. Deshalb habe ich es jetzt mal auf eine Glasplatte gestellt bzw. auf ein Stahlgestell, um es auszuprobieren, ob es funktioniert. Das wird dann der ultimative Raclette-Grill. Wie immer, wie jedes BigGreenEgg, beim starten, unten ganz auf, für ca. 7-8 Minuten den Deckel offen lassen und dann schließen. Okay, den Rest zeige ich euch später. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.